so ab das wird es hat kein 15 Minuten Park mehr aber was solltet wie ihn als nächstes Mal Karte denn es ist immer der Hauptkarte Bisschen Euro ich habe eine Weile gebraucht in den Park da möchte ich ihn schon die Pumpen nachladen die Pumpen nicht weiß was die Augebau Ja und? Weglau und Kochpenner Ich hör' ihn schießen Wen? Dich! Ah, schießen ja Ich hab' keinen einzigen Schuss Ich hör' dich aber! Achso, du wechselst Waffen oder sowas, ne? Ja, da hat er gemacht Nein! Ich werd' mit dem Pistol weitermachen, weil ich kein Bock an nachzuladen Na, danke für die auch, ne? Ah, passt schon Passt schon! Ne, ich hab' wieder meine Lieblingswaffe Hast du die Schmitz? Hättest du jetzt die Schmitz würd' ich ja nicht sagen, aber Geil, die Schmitz würd' ja bekanntlich, aber Boah! Du bist ein Lutscher aus der Sahne, Alter! Blöder Pellau! Nein, scheiß, ich wollt' mir das Maschinengewehr nicht kaufen, sorry Spukat und benutzt es jetzt schon nicht Doch! Wenn ich sie schon gekauft hab' Wieso schade Ich hab' nur 50 HP, ne? Echt auf die Entfernung? Haben die überhaupt... Sniper? Ah ja, stimmt, die haben Dinger Keine Schnellschuss-Sniper Dick, hab' auch mit der AUG, man, alter! Was denn? Du sollst mit der AUG aufhören Warum soll ich mit der AUG aufhören? Wenn die AUG ist! Wenn die AUG ist! Ach komm schon! Was? Weißt du, wie wir mit der AUG gekämpft gehen? Du hast mich nicht mehr gekämpft! Weiß ganz genau, dass du jetzt mit Udo Waffen kommst! Was ist mit Udo Waffe? Was ist für dich? Du und Udo Waffe, ne? Was ist für dich ne Udo Waffe? Was ist für dich ne Udo Waffe? Was ist für dich ne Udo Waffe? Die Waffe klickt und nicht zu demütigen und dann hat sich in der Runde solche Ahnung er besteht nicht in den Nachbarn Ich bin das drin skonkert Die Waffe wartet Gott, mein Freund früher er wollte immer messen jetzt nur so lachverstöße denn es ist wirklich er hat sich jedes Video der Leichterbauer es war als zweiter Maus stört nicht nur als Waffe auch Koffel Koffel ist so ein gehindertes Wort, Alter. Ach, komm doch wieder auf, Mann. Warum? Ja, ist aus. Ja, okay. Ah, sag doch, ich nahm die Awe. Ich hab die Awe nicht. Du hast ne Mutter, sag. Ich hab ne Mutter. Komm direkt in... ...Costume mit Schwert. Cool, meine Mutter kommt ins Schwert. Ich hab's mich so abgelehnt, weil ich so lachen musste. Meine Mutter kommt mit Streis-Axt. Oh, was war das? Ähm, warte, ich muss gleich mal gucken, was ich verkaufe. Die kommen im Holzschwert. Nice, Mann. Ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll, Leute. Das wird purer Horror, wenn die im Holzschwert kommt. Sie füße meinen Holzschwert nicht, aber meine Pfeile. Die wirft die so, Mann. Oh mein Gott, die will ich abstechen. Die wirft die so, Mann. Oh Hilfe, rette mich. Das ist so, Mann. Du bist... Du stichst nicht ab, weil die macht nachkampfen. Sie kommt auch noch nicht ab, aber sie macht nachkampfen. Sie kommt auch noch zu dem ein Ziel. Oh, Herr, yeah. Die kommt auch noch zu dem ein Ziel. Oh, Herr, yeah. Sie kommt auch noch zu dem ein Ziel. Oh, Herr, yeah. wir müssen sind noch ein Stück weit mit der Mutter die Beide und das was wir damit einmachen wir sind nicht vorstellt die Zeit am heißen Stuhl Köln die sich auch auf die Hand in die Hand zu kommen die Tatsache ist es zu sein sie mich da und Karte Killing er hat sich verkehren ja Kind ein Killing nein ich bin kein Kind hohoho schlechte Bezüge alles 9 ich will das mein zweiter neidisch schlimm lassen warum auch immer du das gemacht hast ja, die... ja, toll, jetzt kommt mir eine Schrotwinte und danach ne andere Waffe ohlalala, war das grausam ach, komm schon ein Schuss, Alter, das war so... ich hätte dich mit... ich hätte dich fast one-hitted aber nein, was macht der Herr, ich muss natürlich... ich werde von der Holztür magisch angezogen so gut doch oh, ich kann nur nach vorne ach, ja, 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 das liebe ich erzähle, es ist so sehr ja, aber ungefähr so wie Kai ging es mehr als ich gehe, wenn ich gehe mein Freund oder andere Wünsche spielen hallo ich will diese Waffe hier kaufen, kommt jetzt bitte mal ich möchte ich gerne können wenn mir diese Waffe hier gibt fünf, vier, vier, fünf der welcher Kategorie die der nimmt die Krieg nicht war ich habe da Pistel geschossen mit der mit der Dinger anfangs Pistole jetzt sie anfangs Pistole hatte KM 45 taktisch hat gekauft der Schalldämpfer drauf und dann passt es weil Schalldämpfer einfach wo schlägst du ich hab sie nicht gesehen ich will an der Wand hängen geblieben auf die Fenachrichtung auf die Fenachrichtung ja 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 schon die Pumpe aber raus holen ich hole mir jetzt auch keine Pumpe mehr ja aber mit Scheide-Faktiver für keinen Durchschlag halt ich mache mal wieder runter ich meine um Tarnung geht da hier noch wirklich nicht ja komm, gib mein Kritik in Hit, damit ich verabschiede wieviel Leben hat es nur noch gehabt oh, ist klar komm, jetzt machen wir mal Base Rape hier ja, Base Rape komm ich hocke meiner Base und deiner, komm ich Pistole dich weg oh, mit der Pistole wird schwer, Alter schießt mit der Pumpe nein, schießt mit der Pumpe das ist ja auch ja, ich hab noch 20 HP hinde die Geschossen wird schwer, ich hab mit der ZT-Pist geschossen das ist erbärm ja, die Gescheiße auf die dann Ok, let's go! 64 hab ich noch! 64 hab ich noch! Wie viele AP? 38! Ich wollte jetzt unbedingt mit der CTW. Welche Pisten benutzen du? 5-7 glaub ich! 5-7 glaub ich! 5-7 glaub ich! Warte ganz kurz! 5-7 5-7 4-8 5-7 5-7 5-7 5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 der Lassbettel es ist so war war er nicht schlecht Prozent 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 der Kampfwaffen hat das Gefühl das ist Achtung ist auch okay es ist die HP die bis zu 100 fast 60 die die fadenkreuz ist sie nicht gesehen nicht verloren alter ja klar ich hab ich hab irgendwo hingewallt ich wusste nicht wo du bist ja haben wir unseren Port gleich fertig ok naja egal das Pistol Match war bestimmt nicht so extrem spannend die ganze Zeit auf der gleichen Seite gleich dazustehen und ja genau ich werde ihn jetzt einfach mal fett ganken wenn ihr das wort kennt oder so ok 940 ja komm mal da ich muss dich kaputt machen mach ich dich kaputt alter ja ja ich komme aber komm doch her ich bin Haupteingang Mann ich bin Haupteingang Mann ich bin Haupteingang Mann ich bin Haupteingang doch bin schon aus oder ich bin für nach 4 stabler ich bin dann ich bin ja es war ich bin ja es ist einfach mal Bild auf Multisail-Player-Server spielen und bis zu dann genauer wünsche ich euch viel Spaß genießt euren Tag, eure Nacht, euer was auch immer Schaut uns zu Let's Plays die sollen zu Let's Plays schon sehr dumm wenn ich mich nicht tun dumm wenn ich mich nicht und bis dahin bin ich hier als Gute und Ciao